Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von The Sims 4. Und wie ihr seht, ich habe hier schon mal angefangen, den Baum dekorieren zu lassen. Sie hat irgendwie ihr Essen mir da nicht aufgegessen. Äh, Trivion steht vor der Tür. Kann ich, kann ich euch nicht hier leihen lassen? Oha. Stimmt, Allens Freundin ist ja pink. Das ist berühmt. Ihr könnt alle eigentlich bei mir ins Haus reinkommen, ne? Sie hat voll genervt, oh. Geil. Kommt doch halt einfach alle mal in die Wohnung rein. Wie wär's denn damit? Kommt rein! Nachbarn herein bitte. Oh nein, sie macht tatsächlich... Ah, guck mal, die Geräusche. Wie ein Seehund. Jaaa! Schau mal mit Baumschmuckringen! Das fühlt sich so eng, wir können den Baumschmuckringen! Was hat sie jetzt gemacht? Was macht ihr beiden? Wir müssen die, die Kaffee durch das was ich nicht gesehen habe! Ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig! Das ist das, was ich jetzt auf den Kopf denn? geschlagen meinen eigenen geschenk oder den baum legen oder was Hast du Bierung mitgebracht? Kaula-Schwein! Was stecke ich da rein? Hier kann man echt öffnen. Was ist denn hier überhaupt kaputt? Wieso werde ich jetzt erst begrüßt, hä? Ihr seid alle Patschnassen und Rebians nass, weil sie nicht reinkommen wollten. Was macht er spät in der Pfütze? Der Typ nur, wenn der jetzt der Blitz trifft. Flipp ich raus. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich will Drehbian nicht ein Autogramm geben, Drul. Du sollst mit ihm reden. Aha! Was ist das? Ja, du sollst mit ihm reden. Ich bin ein Witz. 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 Was macht sie denn? Äh, ja, ich mache komische Seehundgeräusche. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das was mir besser gefällt. Oha. Trebier hat eine schlechte Beziehung zu allen? Also zu Tiki? Warum? Was habt ihr denn hier gemacht, die beiden? Ach, ihr habt euch gestritten gerade vorher, weil es geregnet hat draußen. Ach, Jungs. Bei ihr habe ich mich noch gar nicht vorstehen können. Givs. 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 Pänkemen sind ganz super als Sänger. Ich weiß, dass wir nicht sind. Givs. 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 ich verstehe nicht warum da manchmal irgendwie steht vom Vampir bla 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 wenn die gar kein Vampir mehr ist beziehungsweise ne andere Sachen ich kann dir mal meinen ich geb dir mal meinen Schlüssel dann kannst du hier nämlich zu nächstes Mal reinkommen ohne dass du draußen stehst und vom Blitz getroffen wirst ja oder auch nicht der denkt sich okay ich bin dann nochmal weg automatisch alle Lichter kein Problem ich spare mal wieder ein bisschen Energie kostet so steht jetzt noch irgendwo Dreck rum dich eigentlich die Geschenke egal lass mal da stehen soll ich meinen Fisch eigentlich auch mal füttern oder mit Fisch reden wenn sie jetzt wieder Iiii aaa uu macht oder was auch immer sie da gerade gemacht hat dann Ah, okay. Sie macht dich. Ja. Lass mich raten, dann sollte ich Fische auch nicht essen, oder? Der Fisch denkt sich, was quasselt die Alte mich zu? Weil Reasons. Hilft denn Duschen dann auch? Für Hydration? Das probiere ich jetzt immer aus. Müsste ja eigentlich. Symbol ist kein Star. Aber führt auf. Perfekt. Gut zu wissen. Perfekt. Wo denn? Wo ist denn Dreck? Hä? Lass da oder was? Ich würde ja gerne Putze einstellen. Ah, scheiße. Wir müssen noch Rechnungen bezahlen. Wir müssen noch mal rein. Okay. Okay. Wir müssen hier mit den Krass zappen. Wir müssen noch mal rein. jetzt ist das haus du es da wenn ich nicht da bin aber spart kohle das habe ich gemacht perfekt zwei tage bis zur arbeit gut dann könnte man mal irgendwie den strand ausprobieren das ist jetzt zwei uhr morgens das ist vielleicht jetzt nicht die beste zeit tiki hat einfach was gekocht das ist bestimmt vegetarisches kofu schwein du sollst das eigentlich essen ich meine ja nur beschwerst dich dass du hunger hast ne ich esse das nicht guck mir das einfach nur an weil riesen würde jetzt hier mal das so da habe ich übrigens die bilder hingehangen die ich gemacht habe bevor ich dann hierher gezogen bin sie mit ihrer mutter mit dem dad mit ihrem bruder in okie und sie war ich da oben dran gepackt muss man immer so einen garten tag machen hier haben drei uhr morgens brauchen wir in den irgendeinen strand gehen wir könnten meine runde auf kiano kano riefs sitzen quatsche anziehungskraft setzen wir uns mal auf kiano riefs ich muss ja eh noch mein mehr jungfrau und body umgestalten so jetzt sitze ich hier blumensegel oh mein gott really kann ich jetzt einfach irgendwo hinsehlen kohaku rufen ach so ja ich kann auch mal verbotene wörter brüllen wie geil sieht das denn aus ok das ist ja mal cool und das geht nur mit den naturschutz boten das ist ja mal nice ich meine keine ahnung wo die ganzen blüten sind ne aber das ist ja mal nice das kann ich nicht besuchen ich will ja eigentlich mal irgendwie außerhalb von da gibt es doch auch irgendwo bestimmt tiefere tiefere ich will uns im nächsten part wieder und dann gehen wir mal tauchen ja sechs bis zwei uhr morgens ne dekorieren ist die stimme die muss ich das denn machen gut dann fahren wir erstmal nach hause was zum teufel ok hoppelborfen fliegelwips was ok warte so wir machen jetzt folgendes fest mal kochen drutern kann ich ein drutern essen überhaupt aber wahrscheinlich weiß ich nicht weiß ja nicht ob die sowas noch essen kann die hat erstmal mal erstmal kein fisch ich traue der sache mit dem fisch nicht so ganz außerdem sollte man vielleicht nicht unbedingt den bikini feiern ähm ja genau wir feiern nackt ich ziehe dann meine kleidung aus das ist gar kein problem kommt immer gut ich bin mir so zusammengestellt das strand outfit so aber das machen wir dann im nächsten part ich danke euch fürs zusehen und bis zum nächsten mal sage ich wie immer ciao ciao ja 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 ja